hey hallo leute wir spielen heute wieder league of actions und zwar im spielmodus aran natürlich mit unserem affen gaming team bestehend aus master toby phonic dr cox und meiner wenigkeit wenn ihr keine coolen videos mehr verpassen wollt dann abonniert am besten gleich unseren channel ja ansonsten bleibt nicht mehr viel zu sagen außer viel spaß ein angenehmes team naja magiere sie dann muss fortune fokussen gut gehen da kannst du eigentlich wirklich sogar tanky gehen auf jeden fall ich will nicht tanky gehen ja aber bei dem team ist es sinnlos liebe zuschauer das ist immer so aber letztendlich sie werden es nie lernen liebe zuschauer alexander muet hat keine ahnung ja offensichtlich hört ihn auf meinen ersten ww namen zu verraten das problem ist halt bei dem team du kriegst sowieso alles tot als showgaff was willst du dann mit ap zuschauer das war übrigens gerade hexenmeister nos domo ww classic ja ja das ist übrigens der selbe trottel der auf dem christ gespielt hat als holy das war später zuschauer priester der name war shadow christ und er hat ein holy gespielt anmerkung man konnte damals noch keinen namen wieder nachträglich ändern ja gut aber anmerkung man muss erst mal auf die bescheuerten namen kommen mein los ja trotzdem erstmal start des zeit alles war na sicher machen wir auch ich nicht überraschend ja ich auch nicht aber ich überlegen hätte mir als ja waren ich meine mich so etwas erinnert dass es im arm nicht ganz unlustig gewesen wäre sich katalysator zuerst zu holen ich wurde vergiftet die weiß bescheid oh ja dafür gibt es nacken marken gott wie sehen sie die zig bomben aus da war es die nicht mehr am start wie sieht die zig dinge auf dem boden aus dass sie das seltsam aus ich wollte die krieg danke nach den wenigen sekunden angucke hätte ich mir wirklich irgendwie katalysator oder so ein scheiß holen sollen das das doch ja doch ja doch doch ja Oh oh Power Fabi ist tot Ne, ich bin tot Ach so Ja, wenn ich die Outilus sehe, denke ich halt an Fabi Ich kann da an die Und Line lieber Chat, das hat nichts mit seinem Äußeren zu tun Das würde ich eher bei Alex sagen Was war das? Kauf mir jetzt einfach mal ein Mana-Kristall Ich weiß zwar noch nicht, was ich draus masteln werde, aber Vielleicht ein Ice-Querhandschuh oder sowas Ja, die Leder hier den scheiß Wirbel gar nicht auf, was geht denn mit der? Du kannst den ja auch sofort abschicken, wenn du möchtest Jaja, schon klar, der geht ja nicht so weit Jedenfalls bei mir nicht Ja, geht er ja auch nicht Nicht so weit, wie er gehen könnte Aber... Ach, Mann, Dreck, ey Willst du hier ausweichen und läufst in alles rein? Ja dann, ran grabben Kennen wir? Ja Offensichtlich ist die Antwort Nein WK, alles gut Sehr gut Schöne Attacke, Tobi Ich musste nur warten, dass sie passend stehen Und dass ich die Fortune 1 einzeln kriege für mehr Damage Ja, ja, nö, passt Fast, alles gut gelaufen Hahahaha, Alter, aber Ich halte aber noch nicht aus, ey Ja, mit den Items nicht Kommt das noch Ich bin auch gekommen, um zu sterben Oh, ich hab IT Die Dings hat endlich mal rausgefunden, dass die ne Hultieren Äh, dass die ne Cure Nice Ich hab Pressen ready Ich hab Hummer Ja, ich hab jetzt einen Schneeball auf die getroffen Wenn du das gerade gemacht hättest, hättest du was Ich krieg die gleich easy hoch Oh, Fabi hat nen Sinn Oh, wie hab ich denn Deals hat verfehlt Alter, hat mich der Mürbel gerade beim Anliegen ge... Na, kacke Was war das denn? Ah, beinahe hätte ich Timo gefressen Ich geh mir mal den hinteren hier holen Ja, ich hol Mir ist mal einer davon mit ab Ja, was war das grad für ne komische... ...Animation Irgendwas ist da neben mir grad explodiert Scheiße, meine coole Aktion hat nicht geklappt Doch, hat sie Wo ist der Timo? Wo ist der Timo? Ja, aber ich wollte doch den Six Peaks Oder auch nicht Peaks Meine cooldowns sind zu lang Was kauft man sich denn als Bruiser mit Cooedown Reduction? Alles Geist... 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 Ja, geist... Geist... Seh ich grade Wäre sinnvolles nächstes Item Ja... Hallo... Gut ist'n Tag Hallo Ach, ich bin ja noch Kilometer weit entfernt Ach, hilf's dir! Äh... 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 Ich prob' mal nen Heal, lass mir was stehen, danke Aram Ja Willst'n mitmachen? Ja Wenn dann ein normales Okay, nachher Ja Wurde nachmachen, kein Problem Da lacht er bitte Ja? Da lacht er Andy, ich hab das nicht ganz verstanden was da gemeint hat Da steht ein Pilz Mhm Wagen die gerollen die es errollen nicht Gibst du dich zu verstehen? Die hat da ja nicht gerollt oder? Kam mir jetzt nicht so vor Ja? Ja? Andy, guck mal an die? Andy, dir? Nee, nee, war eu nicht Na dann, was? Du sterb'n Jaa... Müssen tust du das prinzipiell nicht Du tust das so einfach ständig Alfa! Ah, die haben die Scheiße schon wieder abgebrochen Alter, ich komm mit meinem Fressnabo nicht ran, Andy Jaa... Wie kommt's wohl, ne? Als ob das am Anfang Unterschied macht Statt der Zeit hat das Standard am Anfang Nee, nee, es geht ja um den Stehwein, du Trotte Ach so, okay Oh, nur Timo, schade Und ja, lieber Chat, wir sind immer so freundlich zueinander Team Chat! Das müssen wir uns so zuschauen, sie lieben Aua Willst du nur Timo töten und musst du bestraft mit Damage Ach, der Andy wird doch mit seiner... Solo-Aktion da Dingbang! Gehen, wenn andere Leute auch was davon haben Gehen, wenn andere Leute auch was davon haben Nee, da war ein Pilz Ich hab' noch nicht genug, äh... Magiere sie Hab' ich grade festgestellt Aber deswegen kaufen wir uns ja jetzt noch ne Geistsicht Danach wär'n Boots vielleicht mal nice Wie lange liegt dein dem ihn da? Lachen Oh, Jinx, geht einfach mal sterben Ja, das wär' nicht... Beinert hier Oh Gott, was war das schon wieder, ey? Jana, gedöhnt Ich geh' wieder ein Heelsammeln Ich geh' wieder ein Heelsammeln, da jetzt Ah, verstehe das Team war grade weg Ich war quasi tot Fliegs ist tot, wir kriegen 5 Damage Ach, komm ey, flieg dann ewig lang hinterher Oh Gott Ich hab' meinen Job gemacht und noch was getötet Ich hab' meinen Job gemacht und noch was getötet Ich hab' meinen Job gemacht und noch was getötet Oh, das reicht nicht Ja, Morisky Jinx ist bei der Sturm Ja Oh fuck me So Jinx-IT wär' ja jetzt nicht verkehrt eigentlich Hatte ich das schon raus? Ich hab keinen Bock mehr, ey. Ich schicke das Auto daneben und die Kuh geht nicht raus. So ein Drecksspiel. Vielleicht mal einen Kuh könnte ich ein paar Tipps geben. Ist eigentlich irgendjemandem aufgefallen, dass ich jetzt so, nachdem ich schwarzes Ball fertig und geistensicht halb fertig hatte, festgestellt habe, dass ich gerade noch gar keine Boots hatte? Also ich meine wirklich gar keine Boots. Keine ausgebauten Boots, sondern gar keine Boots. Boots sind überbewertet. Ja, ich bin ja Tank, da brauchen wir uns sicher nicht so schnell bewegen. Ja. So. Töte doch das, was da wenig Leben hat, statt auf das zu gehen, was volles Leben hat. Ich hatte keine Attacken-Ready und rangekommen wäre ich nicht. Du wurdest getötet. Ja, die Jigs hat auch da hinten gestanden und nur Scheiße gemacht, ey. Ich kann doch da easy alles killen, wenn ich die da schon hinbele. Jetzt kommt's, Ulti, jetzt. Ich dachte schon immer, Alex spielt mit ne Pussy, aber jetzt habe ich die Jigs da gesehen. Das ist schlimm. Okay, bis später, ich bin vielleicht der Arme hier. Oh ne. Okay, Frau kommt auch gleich. Cooler Crap. Toll, das hat mir die EA erspart von der Dings. Alter. Oh, da sind überhaupt Pilze. Ja, das ist leider noch in Dauer. Alter, verdammte Scheiße auch. Ich weiß nicht, was wir im Platz sind. Irgendwie der Teamort ist so cool. Nach der Geist, ich hol mir mal den EEL da hinten. Ich hol mir mal den EEL hier vorne. Ja, dachte ich war auch gerade hin, die wir werden. Ach, nein. Nach der Geist-Sicht brauche ich unbedingt ne Warmox, ey. Das geht ja gar nicht hier. Die MF muss halt raus. Hä? Die MF ist das reichenkriegste Problem, habe ich so das Gefühl. Da ist er. Ja. Wegen der Ulti muss die halt raus. Was hat Fabi für einen komischen Kreis auf sich? Also die Jinx. Guck dir die Jinx an, Junge. Wo die sind. Äh. Absolut, Fail. Äh, der Kreis ist, äh, wenn ich Filze aufdecken kann. Achso, okay. Ich hab hier diese Dämmerungsklinge. Etwa 80 Minuten. Achso, Rote war? Ne, reicht noch nicht. Aber wir können uns schon mal nochmal Leben holen. Ex-Trinker schon mal am Schiesel. Ach, schwarzes Weiß. Zwar nice auf Yawan, aber es war vielleicht trotzdem Fehler sich das als erstes zu holen. Hätte gleich auf geistig gehen sollen. Cool, das schaffen wir noch. Ja, nö, das ist jetzt nicht das Problem. Oh, fuck ey, ich hasse dieses Team. Wir hätten wirklich ein schönes Nahkämpferteam haben können. Da 1-2-Fernkämpfer drin. Ach, was? Ja. Alter, der Timon. Seit wann kann das Ei da so komisch abbringen? Oh, das ist nur ne komische Animation. Oh Gott ey. Oh Gott ey. Da war ein Pilz. Ha! Oh. Oh ja, da ist der Flash raus. Ich bin ja mal gespannt, wie viel Schaden die dann am Ende hat. Oh. 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 Oh ruft Oh. 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 Oh, ich konnte ja jetzt mit dem. die gegner haben keinen tank und die städte muss soweit finden verstehe das ich habe hier so ziemlich alles die moda drüben wollte doch nicht töten dachte halt ich halte euch den rest da links ab und jörgen hat dann den rest aber und auch nichts von den drei leuten gekommen du solltest ja nicht zu den drei leuten hinkommen du solltest ja den rest lassen der weiter vorne stand traurig jetzt war doch an zu fingen du komischer schlumpf da ja ist ja tatsächlich kampfschlumpf ja ja ich wenn jetzt oder es Untertitelung des ZDF, 2020